Das Führerscheinhaus in Irland. Wir haben inzwischen mehr Kunden in Irland, als wir Meldeadresse von Freunden und Bekannten bekommen konnten. Aus dieser Not heraus haben wir ein schönes Haus mit Grundstück in der Nähe von Kork angemietet. Hallo meine Freunde, zurück zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür. In diesem Video möchte ich dir mal kurz unser neues Haus hier in Irland vorstellen und welche Vorteile das für unsere Kunden hat. Und das hat zwei Vorteile. Erstens, wir können genügend Kunden auf dieses Haus anmelden. In Irland, so muss man wissen, gibt es weder eine Meldepflicht noch Meldegesetz, so wie bei uns in Deutschland oder Tschechien. Ob man dort wohnt, wie viele Personen dort wohnen und so weiter, das interessiert hier in Irland niemand, auch die Führerscheinstelle nicht, weil nicht im Gesetz vorgesehen. In England und Malta ist das ganz genauso. Der zweite Vorteil, dass unsere Kunden nicht mehr in einem Hotel oder Airbnb wohnen müssen, sondern direkt auch dort wohnen, wo auch die Post ankommt. Man beantragt online die PC-Number, die Public Service Card. Diese wird dann nach ca. drei bis fünf Wochen auf unsere Adresse zugesandt. Mit dieser Registrierung können dann Termine online bei der Führerscheinbehörde gebucht werden, einen Lernführerschein beantragt werden und so weiter. Doch jetzt erst mal zu unserem neuen Führerscheinhaus in Irland, das Radek dir jetzt zeigen wird. Sehen Sie, es ist unser neues Haus für unsere Kunden. Wir haben auch hier Büro. Oli war der erste Kunde, welcher in diesem Haus übernachten für heute Nacht war. Er war zufrieden, alles neu gebaut. Und dann schaue ich euch dann neue Wohnung. So, die Küche hier, Wohnzimmer, alles neue, sauber. So, diese nicht, aber... Ein Zimmer hier, mit Doldete, mit Dusche. Ja, schön. Ja, schön. Dann gehen wir oben. Schön aufziehen, ja. Ja, jetzt auch eine Toilette mit Dusche. Ja, und ein zweites Zimmer. Kann man nicht sagen. Alles schön. So, jetzt bist du schon einmal informiert, wie das Führerscheinhaus in Irland aussieht. Du kannst mit drei Anreisen jeweils drei Tage den unkomplizierten Irland EU-Führerschein erwerben. Wenn du mehr Info haben möchtest, dann schreibe mir an EU-Führerschein, mit UE, at scout-logi.com. Du kannst mich versuchen anzurufen unter 069-1753-6610. Doch, es ist oft besetzt. In jedem Fall solltest du dieses Video liken, den Kanal abonnieren und am besten noch die Glocke aktivieren. Dann wirst du kein Video zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür verpassen. In dem Sinne, bis bald und tschüss. Dein Hörerschein, Boris. Ciao, ciao. Ha, und nicht vergessen, den YouTube-Kanal hier zu abonnieren. Jörg. Abonnieren. Abonnieren. Nicht vergessen, den YouTube-Kanal abonnieren. Also, liebe Leute, passt auf. In diesem Sinne, bis dann und tschüss. Ciao. 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 Ciao.